Islam bedeutet Frieden machen und Hingabe. Frieden machen heißt, dass der Gläubige mit sich selbst und mit seiner Umgebung in Frieden leben soll. Hingabe drückt sich in der Annahme des Willens Gottes aus. Der Muslim erlangt mit dem Islam Frieden durch die Hingabe an Gottes Willen. Im Koran, der heiligen Schrift der Muslime, sagt Gott selbst, dass er den Islam für die Menschen als Religion erwählt hat. Heute habe ich für euch eure Religion vollständig gemacht, und ich habe meine Gnade an euch erfüllt, und ich habe für euch den Islam als Religion gemacht. Die abendländische Bezeichnung, Mohammedaner, lehnen die Muslime ab, da Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, als Prophet der Überbringer der Botschaft des Islam war, Gott allein aber anbittungswürdig ist. Und ich habe das, was ich jetzt auf dem Sinne von mir war, Gott, Allahs Segen, da ich mir vor, Gott, Allahs Segen und Frieden auf ihm.